so hallo wir machen weiter bei supermajor 35 letztes mal war ich ein bisschen skeptisch wie dann das spiel spaß machen könnte habe jetzt aber auch mal ein bisschen spieler wie ryoka gesehen die schon level was weiß ich was sind und je mehr level man freischaltet umso mehr gegner können natürlich auch kommen also wir haben noch nie bullet bills gesehen wir haben noch nie lakito gesehen und so weiter es ist dann schon noch mal was anderes und geht dann scheinbar schon mit der zeit schneller also wir werden einfach ein bisschen weiterspielen und gucken mal wie lange das ganze spaß macht jetzt haben wir auf jeden fall wieder neue missionen die muss ich mir mal kurz angucken sende im 35 spielerkampf zehnmal gegner mit der angriff strategie kontakt kriegen wir hin stampfe ach nee das sind die von gestern täglich um 0 uhr her was ist doch zwischendurch 0 uhr gewesen muss ich vielleicht muss ich das vielleicht neu starten das neue aufgaben erscheinen like dies und dies weil es war zwischendurch 0 uhr so oder ist das eine andere 0 über den tag her dass ich aufgenommen habe siehst du guck mal während die vier level im 35 spielerkampf die sie benutze zwei supersternen in einem einzigen ja okay er ist auch die sie kriegt ja zwei jahre sagen okay insgesamt 30 mit panzer ok das kommt einfach automatisch auf uns zu das heißt wir spielen hier ohne item zu stimmen ohne mit item zu starten wir sammeln einfach münzen was ich jetzt machen möchte ich würde gerne level sammeln das heißt wir werden möglichst schnell durch die level einfach durchgehen damit da wird es auch ein bisschen spannender dann glaube ich beim zuschauen ich werde also nicht ruhig spielen soll ich werde schnell spielen in der hoffnung dass ich weitere level freischalten kann also mir geht es jetzt weniger darum erster zu werden sondern einfach hier was zu erreichen ok gucken wir mal weißt die bei der restuhrer du 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 so äh 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 bester start dann machen wir das halt so dann machen wir das halt so hallo wo ist es denn da ich hab schon gedacht ich find's nicht mehr Okay. So. Wenn ich ein bisschen auf die Zeit jetzt aufpasse, geht das hier schneller zu Ende, als ich gucken kann. Für den Münzenrang. Und Gegner für den... Und da ist der Superstern der Erste. Und... Yikes. Okay. Okay. Go, 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 go. Schön Zeit sammeln. Ah, passt. Hätte mehr sein können, aber... Ah, Mist. Das war ja kompletter Quatsch. Äh. Hi. So. Okay, jetzt sind wir hier. Hier weiß ich natürlich nicht, wo ein Stern ist. In 1, 2 hätte ich es gewusst. Darauf habe ich jetzt spekuliert, aber wir sind nicht in 1, 2 gelandet. Ich weiß, ob hier irgendwo ein versteckter Stern ist. Keine Ahnung. Gibt es in jedem Level einen versteckten Stern? Ich weiß es gar nicht so. Also ich habe das Original natürlich in- und auswendig gespielt. Aber es ist erstens ewig her. Und zweitens habe ich auch damals nicht überall den Stern gefunden. Aber ich habe es gespielt damals, als es als Remake auf dem Game Boy Color kam. Wo Remakes noch wirklich Remakes waren und es auch Stuff dazu kam. Wie zum Beispiel diese Yoshi-Eyesuche und so weiter und diese roten Münzen. Das war, das war super sick. Ich glaube, ich habe es nie geschafft, alle Missionen zu erfüllen. Da gab es Missionen mit auch Punkten am Ende und so weiter zu haben. Ich glaube, ich habe nie alle Missionen geschafft. Ich habe, glaube ich, die roten Münzen geschafft und die Yoshi-Eier und so. Aber ich glaube, die Punkt-Missionen habe ich nie alle geschafft. Ich weiß es nicht mehr. Und da war ja dann auch Lost Levels dabei. Da war ja dann auch Lost Levels dabei. Das war, das war cool. Ah, ich habe die Blume vergessen. Ich hätte 15 Sekunden nochmal zusätzlich bekommen können, aber was soll's. Okay. Ja, wie gesagt, jetzt bin ich in der Situation, wo ich sage, wir versuchen einfach, möglichst gut und schnell durch die Level zu kommen. Um möglichst viel freischalten zu können, eventuell. Das wäre zu der... Ah, und ich sollte Kupas, äh, äh, Kupas, ja doch, genau, Kupas nutzen für... Genau das da. Das muss ich ja auch noch machen. So, hier war irgendwo ein Leben versteckt, habe ich gesehen. Irgendwo da? Ne, irgendwo anders war das, keine Ahnung. Also ich kenne auch nicht die ganzen Verstecke, da gibt es doch tatsächlich recht viele. So, kriegen wir ein neues Level? 2, 1, 1, 1, 1, 2, ne. Aber wir können 2, 1 gehen. Ich glaube, dann kriegt man... Ne, ne, Hammerbrüder gibt es hier noch nicht. Ne, 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 ne. Oh, joi, ja, ist aber schon ganz schön viel los jetzt. Oh, und wir sind auch nur noch 10 Spieler. Das ist mal eine etwas schnellere Runde. Tatsächlich. Oh boy. Also ich muss natürlich trotzdem vorsichtig genug spielen, um keinen Quatsch zu machen. Na, das ist klar. Weil hier ist irgendwo ist hier, äh, Dings. Ich glaube, ich glaube in dem Ding. Ah, nein. Ah, nein. Meanwhile wird mir ganz viel Stuff geschenkt hier, aber das kriegen wir alles mit deiner Blume weg. Das ist kein Problem. Oh. Das war nicht so gut. Okay, wieder 1, 1. Na gut. Ja, jetzt müssen wir erstmal hier, äh, so, so, zack und ab dafür. Und Blume holen. Okay. Ich bin am überlegen, ob ich durch die Röhre gehen soll. Ja, komm. Wir haben genug Zeit dafür. Ui, ui, ui. Und was ich auch gelernt habe, äh, wurde mir auch geschrieben, aber ich hab's auch gesehen. Ähm. Bowser muss man natürlich nicht mit der Blume besiegen. Damit er zu anderen geschickt wird. Es reicht einfach, ihn zu schaffen. Alle Gegner, die... Oh, Gott, Gott, Gott. Alle Gegner, die in dem Bereich sind, werden dann automatisch... Oh, Gott. Okay. Wir setzen... Wir setzen das Roulette ein. Nice. Ey, alle Gegner, die in dem Bereich sind, werden dann sowieso weggeschickt. Also, das passiert automatisch, auch wenn man ihn jetzt nicht direkt konkret besiegen kann. Ha, was tue ich? Das war super knapp. Oh, mein Gott. In dem Fall besiege ich ihn trotzdem, weil er mir jetzt im Weg war. Aber es würde reichen, die Axt auszulösen. Na, das würde ausreichen. Ei, ei, ei. Wieder 1-1. Okay. Na gut. Na gut, so. Zack, zack, zack. Na gut, jetzt habe ich die Röhre verpasst. Ich vollidiot. Na gut, dann gehen wir einmal schnell hier durch. Dann haben wir nochmal den Stern dabei. Ist auch in Ordnung. Ist ja... Ah! Ist ja nicht so, dass hier viel... Nein, das war die falsche Richtung. Endlich wollte ich das haben. Ist ja nicht so, dass hier viel schief gehen kann, aber... Ja. Wir die... Ah, jetzt gib mir doch die Blume. Ah! Springen! So. Okay, vorsichtig jetzt ein bisschen hier, dass wir hier keinen Quatsch machen. Okay, wir zünden das mal alles weg. So. Und wir schicken gerade irgendwie richtig vielen Leuten Zeug, merke ich auch. Also das ist auch eine interessante Geschichte. Und ab dafür! Okay, und jetzt kann ich natürlich, das ist auch völlig richtig, es ist jetzt schon cool, dass wir hier sind, weil jetzt kann ich den in den Clouper schicken. Und gerade wenn wir jetzt nicht in einem Wasserlevel ist, sind so Clouper natürlich schon anstrengend. Und Fische auch. Und nein, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Muss ich schnell auf eine Blume hoffen. Oder so. Dann kommen wir zumindest noch schnell durch. Aber sonst wird das hier nämlich ziemlich kritisch. Nein! Was? Toll, jetzt nützt du mir auch nichts. Okay, 1-1. Ich traue mich aber nicht, ich mache lieber so. Ja. Nicht, dass hier am Anfang noch was schief geht. Man weiß ja nicht, was mal alles hier so geschickt bekommt. Weil ab jetzt sind ja mindestens durch mich auch Clouper im Spiel. So, ich kriege jetzt auch Clouper. Das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder durch die Röhre. Hier kann nämlich nichts passieren. Haha. Also hoffe ich. Ich weiß es nicht, ob meine Theorie stimmt. Ich glaube es aber. Und wie gesagt, solange wir eh gerade Maximum Zeit haben, ist das halt nicht sonderlich cynic da jetzt großartig. Oh, wait. Ich kann ja... Moment mal. Geht das? Kommt doch von hier da hoch direkt, ne? Oder? Ging das nicht mal? Ja. Nice. Allerdings war jetzt natürlich keine... Ja. 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 Ich... Ja. Ich mache jetzt natürlich überhaupt keine Kombo. Okay, das war... Das war dumm. Das war dumm. I'm sorry. Haben wir 4-1 schon? Ist das nicht der Level mit dem... Mit dem... Mit dem... Mit dem Lakitu? Oh mein Gott, ja. Das ist einfach der Level mit dem Lakitu. Komm her, ich will dich den anderen schicken. Nice. Bowser wird auch wieder weitergeschickt. Nice, nice, nice. Und mit dem Lakitu kommen jetzt ja auch die, 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 die Stachis mit dazu. Oh boy. Okay, ich bin noch groß. Das war's mit groß. Yo. Oh mein Gott, das war zwar gut, aber hilft mir nicht beim Power-Up. Okay, nice. Yo. Viel Lakitu. Das ist, was ich meine. Es... Je mehr Level man hat, umso lustiger wird das natürlich mit der Zeit. Na, das ist jetzt schon, das ist jetzt schon kritischer hier. Äh... Und jetzt geht's ab. Fünf Spieler noch übrig. Jetzt geht's richtig ab. Okay, wir sind wieder in 1-1. Das ist sehr gut. Weil hier können wir relativ gut ausweichen, wenn jetzt ein Lakitu kommt. Und der wird kommen. Da ist er schon. Weil die kommen jetzt immer. Na, die kommen jetzt natürlich immer. Oh nein, das wollte ich nicht. Ah, das war nicht, was ich wollte. Da kommt der, da kommt schon wieder der Neck. Ich brauche eine Blume. Gib mir eine Blume. Nice. Mehr Glück als Verstand. Weil jetzt, wenn wir... Ja, genau. Jetzt kriegen wir die ständig. Jetzt wird's... Jetzt wird's... Oh Gott, jetzt wird's richtig böse. Oh boy, oh boy, oh weia. Ich muss in die Röhre. Ich muss unbedingt sofort in die Röhre. Das ist nicht die Röhre. Jetzt kommen die Fische. Oh Gott, rein hier. Kann mir hier irgendwas passieren? Kriege ich hier Stuff geschehen? Ich schicke dich, hoffe nicht. Ich hoffe, ich kann hier in Ruhe mich aufpowern. Nice. Okay. Zwei ist noch übrig. Und der kriegt jetzt... Der hat jetzt da drin in dem Ding... In dem Wasserlevel hat der jetzt ja auch Lakitus. Holy shit. Oh, jetzt bin ich selber im Wasserlevel. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Das hab ich nicht bestellt. Oh Gott. Jetzt ist er, wo ist er? Keine Ahnung. Ich seh, man sieht's ja so ein bisschen, wo die gerade sind, na? Er hat relativ viele Münzen. Das heißt, er kann sich relativ schnell auch upgraden. Ich aber ja auch. Okay, wir kommen hier durch. Wir kommen hier durch. Sehr gut. Und er kriegt Stuff von mir geschickt. Alter. Jetzt muss er gerade gegen Blooper kämpfen. Eieiei. Okay, zwei, eins. Gefährlich. Bisschen gefährlicher jetzt das Level hier. Vor allem wenn es Lakitus... Oh Gott, Fisch kommen. Okay, aber gerade kommen die Lakitus nicht mehr. Entweder... Ich glaub, der ist sie umgangen. Und hat keine neuen mehr geschickt. Ich muss auf meine Zeit gucken. Ich muss Kombos machen. Sonst laufe ich mit der Zeit aus und er nicht. Scheiße. Okay. Mir kommt gleich wieder in den... Nein, okay, okay, okay. Wir setzen das Rad ein. Ist in Ordnung. Nice. Ich hab richtig Glück mit dem Rad heute. So, die Blume würde ich gerne mitnehmen. Wegen den Zeitdingern. So. Hier ist es jetzt wieder gefährlich. Ah, genau wegen sowas. Das ist gefährlich. Okay, und wir bekommen wieder Zeit drauf. Und wir sind 1, 1, 1, 1 ist gut. 1, 1 ist gut. Erstmal hier. Zack, zack, zack. Oh nein. Das war nicht so gut. Das war gut, weil jetzt kriege ich die Blume direkt raus. Sehr schön. Und er kommt in irgendeinem... Er kommt wieder ins Wasserlevel. Er kommt wieder ins Wasserlevel. Okay, wir gehen hier durch. Wobei ich ihm jetzt gerade nicht schicken kann, ne? Das ist natürlich dumm. Er hat einen Stern, er hat einen Stern, er hat einen Stern. Jetzt ist eh egal, ihm was zu schicken. Jetzt wäre es eh dumm. Sehe ich irgendwo seine Zeit? Ne, das sehe ich nicht. Oh boy. Weil dann wüsste ich, wie viel ich mir leisten kann und wie viel nicht. Weil im Moment mache ich insgesamt Zeitverlust, ne? Das sieht man ja. Hier ist ein Stern drin. Nice. Hier, das kriegst du alles zurück hier. Sehr nice, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Guter Zeitzuwachs. Das war nicht so gut. Wir setzen Münzen ein. Wir sind aber auch am Ende des Levels. Nice. Aber wir sind am Ende des Levels. Das ist okay. Okay, okay, okay. Ist er gerade groß oder klein? Ich erkenne... Er ist groß. Er ist groß, aber hat, glaube ich, keinen Power ab, ne? Sehe ich das richtig? Und hier ist gerade gar nichts los. Er hat mir nichts schicken können. Dann gehen wir lieber wieder so rum. Dass wir hier die... Weil ich glaube, jetzt kann ich es mir nicht leisten, die Kombos zu verpassen. Und hier kommt ja gleich der Stern. Den muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Oh Gott, die Zeit, die Zeit, die Zeit, Leute. Go, go, go. Jetzt erst mal wieder richtig Höhe hoch. Aber ihr seht schon, ne? Die Zeit geht schneller runter, als man Zeit dazu bekommt. Oh Junge. Ich weiß halt nicht, wie viel Zeit er noch hat. Ich weiß halt nicht, wie viel Zeit... Oh nein, das ist kein gutes Level, um Kombos zu machen. Eieieiei, schnell durch, schnell durch. Einfach schnell durch. Einfach schnell durch. Ich hätte die Blume mitnehmen können. Oh Gott, die Zeit. Hat er so viel Zeit noch, dass... Nein! Schade. Aber hey. Das war spannend. Das war spannend. Boah. Ah, dass er noch so viel Zeit auch hatte, ne? Also das war schon... Das ist dann... Am Schluss kommt es dann wirklich drauf an, richtig gut Kombos zu machen. So haben wir alles. Oh nein, die Panzer haben wir... Ein Panzer zu wenig. Ah, come on. Okay. Ein Panzer zu wenig. Das gibt es doch wohl nicht. So, was sagt jetzt mein Münsterrang? Hab ich da irgendwie irgendwas... 15.991, Bewertung S. Okay. Ich denke, wenn ich Spezialkampen mache, erfülle ich die Mission nicht. Also muss ich hier machen. Und wir haben... Ah, ja, ein neues Level dazu bekommen. Nice. Alles noch, dann pures Glück, ob neue Level kommen, oder? Weil wir haben noch kein einziges Mal 5.1 oder sowas gesehen. Ab 5.1 kommen dann Bullet Bills. 8.3 wäre richtig wild. 8.3 aber mit Blume. Erstmal lauter Hammerbrüder losschicken. So, jetzt erst mal schnell wieder hier aufpowern. Der erste ist schon raus. Der zweite ist raus. Oh, den habe ich sogar KO'd. Wie auch immer ich das gemacht habe. Mit nichts. Der muss halt zufällig in irgendeinen Gegner von mir reingerannt sein. Ja, am Anfang passiert es halt einfach noch schnell. Das ist das Ding. Das ist einfach das Ding. Am Anfang passiert es halt enorm schnell. So. Jetzt erst mal hier los geht's. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Nice. Da haben wir noch ein KO. Sehr schön. Das war nicht so schön. Solange ich solche Fehler mache, muss ich mich halt auch nicht wundern, wenn es am Ende nicht klappt. Weil sowas macht man halt einfach nicht. Bip, bip, bip. Didi, 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 ah, schade. Ah, ich wollte die, ah, ich wollte die Pflanzen wegschieben. Nein. Ach, genau sowas meine ich. Ist hier irgendwo was drin? Mal gucken. Nice. Okay, gut, gut, gut merken, dass hier eine Blume drin ist. Wenn man sie mal brauchen sollte, wie jetzt zum Beispiel. Definitiv schon mal gut merken. Nein, aber der Koopa, hier gibt mir jetzt eine ordentliche Kombo. Nice. Und hier ist die neue Blume wieder drin. Wenn ich mich nicht komplett dumm anstelle. Dankeschön. So, zack, 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 zack. Hier aufpassen. Da ist ein Block. Man kommt also auch hier hoch. Ich glaube, das würde ich dann in Zukunft eher nutzen. Tatsächlich. Ich glaube, das würde ich eher lieber nutzen als, äh, das Sprungbrett. Weil damit macht man doch mehr Fehler als, 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 ihr seht's ja selbst. Ich glaube auch, es war einfach ein Fehler vorhin, äh, durch die Röhre zu gehen. Weil, wie gesagt, je mehr Gegner man in das Spiel bringt, umso wilder wird's ja. Und wenn ich durch die Röhre gehe, bringe ich halt keine Gegner im Spiel. Und schaut euch meine Münzen an. Ich hab durch Chaos. Wir haben vier Chaos. Wir haben vier Chaos. Wir haben so viele Münzen durch Chaos bekommen. Ich hoffe, ich kann die Münzen auch behalten für den Münzenrang und muss sie nicht für Roulette ausgeben. Und ob ich's für Roulette ausgeben muss, entscheide ich ja ein bisschen selbst. Äh, nämlich durch meinen Skill. Wenn ich gut spiele, muss ich kein Roulette spielen. Na, so ein Ding ist das. Oh Gott, diese, dieses, dieses, so Level mit Abgründen sind halt enorm, oh Gott, kritisch. Okay, ich war mir unschle... Ich hab halt's nicht auslösen. Bin ich denn komplett dämlich? Ich wollt's nicht auslösen, ich bin auf X gekommen. Meins hat nur 20 Münzen ist geschenkt. Aber ich wollt's halt nicht auslösen. War dumm. Ich glaube, es ist schade, dass man nicht über 400 kommt. Oh nein, was mach ich denn? Ich meine, ich krieg die gleich wieder. Ich werd jetzt nicht das Roulette einsetzen. Ich krieg die ja gleich wieder, die Blume. Aber naja. Das hätte ich mir auch schlauer denken können hier. Nice. So, komm her. Aber man sieht auch daran, dass ich nicht immer sofort die Blöcke treffe, die ich erwischen will. Daran sieht man, dass ich die Steuerung noch nicht perfekt beherrsche. Weil eigentlich wollte ich ja die Blume erwischt. Und ich hab erstmal den einen Block und dann den anderen Block erwischt. Und nie die Blume. So. Zack, 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 zack. Ab dafür. Haben wir noch ein K.O. gerade bekommen? Das war doch der K.O. Sound wieder. Wir haben ein fünftes K.O. oder was? Nice. Das ist so riskant hier loszuspringen. Aber ich hab die Geduld nicht zu warten. Ich hab die Geduld nicht zu warten. Das ist einfach... War das das sechste K.O. oder bin ich dumm? Ne, es war was anderes jetzt da. Ich glaub... Ach ne, das ist das Symbol, wenn einer rausgeht. Nicht, wenn ich ein K.O. bekomme. Einfach, wenn einer ausscheidet. Das ist... Ja, jetzt ist doch einer raus. Aber wir kriegen halt auch gerade nichts an brauchbaren Leveln. So, wir kriegen 1.1 und 1.3. Geht es so ein bisschen danach, was die anderen Spieler für... Oh mein Gott. Was die anderen Spieler für Level haben. Was man bekommt. Ist das so ein Ding? Weil, wenn ich jetzt bei den anderen hingucke, die sind halt auch nicht sonderlich... In irgendwelchen neuen Leveln, die wir jetzt noch nicht hätten. Okay. 2.1. 2 wieder. Hatten wir aber auch schon. Oh je. Da muss ich jetzt echt aufpassen, so. Weil ich versuche mal ein paar mehr Pflanzen ins Spiel zu bringen. Das kann ich hier ja tun. Oh boy. Okay, wir zünden erstmal alles weg. So. Nice. Ey, das ist so dämlich, was ich hier tue. Okay, hier ist doch bestimmt auch eine Blume wieder drin. Yo. Wait. Kommt man in die Bonuswelt? Man kommt hier auch in die Bonuswelten. Kann hier mir auch Zeug entgegengeworfen werden? Ich hoffe nicht. Das ist natürlich kompletter Quatsch jetzt. Aber ich komme bei der Blume raus. Das ist auch in Ordnung. Für die Wissenschaft war das... Na! Wie blöd kann man denn sein? Oh nein. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott. Wer ist der Cooper zurückgekommen, wäre ich gerade? Oh, das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen, doch. Okay, wir sind mal wieder auf dem Level. Aber das hat man auch schon. Jetzt muss ich hier aber enorm vorsichtig sein. Jetzt kann ich den anderen zwei Fische schicken. Was ganz cool ist. Wenn ich es mal treffen würde. Aber ich muss halt selber enorm aufpassen. Hier kommt gleich eine Blume. Hier kommt gleich eine Blume. Bis hier zur Blume spiele ich. Nice. Jetzt nur nicht mehr treffen lassen. Und schön die Blume behalten. Ah, was? Voll weggesnipert. Nice. Okay, 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 okay. Hier muss ich jetzt wirklich vorsichtig spielen. So, weil anders geht es nicht. Das ist sonst viel zu gefährlich. Gefährlich. Okay, nice. Nice. Alles weg, alles weg, alles weg. Okay, cool. Sehr schön. So. Zack, zack. Aber neu ist der... Ah, nee. Bis zur Blume schaffe ich es aber. Wenn ich nicht kompletten Müll mache, gleich. Wow. Ja, okay, wir lassen es... Nein, okay, 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 okay. Das wird zur Riss. Ah, toll. Dann eben anders. Dann eben so. Und so. Und so. Und so. Jetzt kann erst mal wieder nichts mehr schief gehen. Ei, 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 ei. Okay, pflanzen weg. Wieso bin ich dumm? Es gibt es doch nicht. Ah, nein. Nice. Ah, ich habe so ein Glück. Ich hätte ja eigentlich gerade gar nicht verdient. Für den Quatsch nehme ich jetzt zusammen. Spiele 1, 4. Okay, wir schicken wir aus. Und dann. Ich habe noch sechs Spieler übrig. Bisher habe ich noch keinen Bowser gesehen. Also bin ich jetzt der Erste, der 1, 4 hat. Oder ist es zumindest ein Bowser? Nein. Zumindest ein Bowser-Level. Weil wenn man definitiv mit der Axt... Nein, okay, okay, okay. Erstmal das, erst mal das. Wenn man definitiv mit der Axt acht rollt. Äh, wenn man definitiv mit der Axt Bowser los schickt. Dann muss ja, sobald ein Bowser-Level hat, auch ein Bowser-Level kommen. Äh, ein Bowser. Ich rede Sturz, ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Nice. Jetzt kriegen wir direkt die Blume, weil ich jetzt nicht Quatsch mache. Und ich habe nicht vor, Quatsch zu machen. Sehr schön. Okay. Also jetzt ist Bowser auch im Rennen. Außer die rennen einfach in ihm vorbei und dann wird er nicht weggezündet. Und dann fliegt er wieder raus aus dem Rennen. Was auch nicht schlimm wäre. Hier ist ein Stern drin. Oh, das ist so gut zu wissen. Okay, jetzt sind noch fünf übrig. Jetzt geht's los. Yo. Ich hasse diesen Abschnitt. Ich hasse dieses Ende. Dieses Ende. Ich verliere jedes Mal mein Stuff. Ich verliere bei diesem Ende jedes Mal mein Stuff. Okay. So, Blume wiederholen. Das Wichtigste ist einfach, die Blume zu behalten. Und komm. F und Kombos machen. Ja, okay. Hauptsache, wir kommen wieder zur Blume hin. Zack, zack, zack. Weg damit. So. Zack, okay. Dann haben wir gleich wieder den Stern. Wenn ich nicht kompletten Blödsinn mache, was eigentlich nicht passieren kann. Okay, nice. Und dann zünden wir wieder alles weg hier. Alles weg. Einfach weg. Weg, 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 weg und ab dafür. 3-1, okay. Hammer zwar auch schon, aber hatten wir jetzt in dem Rand noch nicht. Heißt aber auch, ich weiß nicht, ob da irgendwelche versteckten... Ah, ich glaube, Hammerbrüder kommen hier, ne? Ich glaube, ich kann hier Hammerbrüder jetzt rausziehen. Ich werde aber richtig vorsichtig spielen, dass die mich nicht erwischen. Nee, Mann. Gibt's doch nicht. Ich setz lieber gleich ein. Hoff auf ne Blume. Danke. Das ist das Stimmste, was man bekommen kann in der Situation. Okay. Ich hab gehofft, dass da irgendwas drin ist. Ich wusste es nicht, aber das ist natürlich Optim. Ja, komm, Hammerbrüder. Zack, zack. Und da ist meine Blume. Perfekt. Okay. Komm, das wird mal auch noch alles weg hier. Zack, 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 zack. Oh, diese Sprungdinger. Na ja, es ist Wahnsinn. Es ist so ein Wahnsinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. Okay, aber wir wissen jetzt hier wieder einen Stern. Wir wissen hier wieder einen Stern und eine Blume. Und wahrscheinlich gibt's hier noch viel mehr, was wir nicht wissen. Aber das ist erst mal das, was wir brauchen. Ab dafür. Oha, 4-2. Hat man auch schon mal, aber das ist jetzt... Ja, jetzt muss ich enorm aufpassen. Hier ist mir mal ein Bowser ins Gesicht geworfen worden. Das weiß ich noch. Und das war dann, glaube ich, mein Untergang. Oh, wir können... Na, machen wir aber nicht. Nein! Aber hier kommt gleich ne Blume. Hier kommt gleich ne Blume. Ich meinte jetzt nicht die vor mir. Wo ist denn die? Wo ist die? Hier drin dann, oder was? Ja, okay, da drin ist sie. So, wenn jetzt... Ein bisschen aufpassen, sollte das alles hier gut gehen. Da gehen wir nicht runter. Ah, nein! Wo kommt der denn her? Der war frech. Nice. Ist hier was drin? Schade. Sollen wir es ein bisschen riskieren, erst mal so zu spielen? Ja, komm. Passt schon. Ist jetzt nicht so, dass ich hier ständig... Okay, wir gehen, wir gehen über die... Über das da hier. Ich will hier hinten auf jeden Fall in die Level reingehen. Zwei, drei haben wir schon. Und nein, das ist... Ich brauche jetzt unbedingt die Blume. Ich brauche unbedingt die Blume. Ich brauche unbedingt die Blume. Oder das. Das ist auch gut, weil dann komme ich bis zur Blume hin. Das ist auch sehr gut, dann komme ich bis zur Blume hin. Das ist super wichtig. 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 Sehr wichtig gerade gewesen. Nice. Okay, jetzt einfach nur aufpassen. Ich bekomme zwar dadurch, dass ich die jetzt nur so wegzünde, nicht so viel Zeit dazu. Aber ich kann mich über Wasser halten. Und zwar das Level schaffend über Wasser halten. Okay. Okay, 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 nice. Und ab da fliegen. Und wieder 4-2. Oh nein. Oh, das ist der Sprung am Anfang. Ist so. Yo. Vorsichtig, Kollegen. Da ist ein Hammerbruder. Der folgt einem. Was zur Hölle bist du denn? Die Folgen einem. Die sind ja richtig crazy drauf. Die normalen Hammerbrüder bleiben wir einfach an Ort und Stelle. Aber die Folgen. Zwei Spielern. Also ich und noch einer. Oh Gott. Wir sind so nah dran. Okay, da wäre noch eine Blume zu wissen für später. Okay, wir gehen da unten lang. Nein, warum treffe ich denn nicht und denke an ich treffe und dann springe ich daneben. Oh Gott, ich hatte bei dem Sprung gerade so Schiss, ne? Und ab dafür. Je nachdem, wo wir landen. Okay, okay. Werde ich nicht sofort eine Blume einsetzen, sondern hole mir einfach eine Blume. Nein, ich hole mir doch keine Blume. Ich habe nämlich gefällt. Ja, dann eben so. Dann nehmen wir jetzt aber die Blume mit wegen der Zeit. Ah, es ist halt, ja, es ist halt, jetzt geht es halt wieder richtig, richtig fix. Jetzt muss ich, ich muss zu dem Stern. Ich muss zu dem Stern, um Zeit zu bekommen. Ich muss unbedingt ganz schnell zu dem Stern. So bekomme ich am meisten Zeit jetzt im Moment erstmal in der Stage hier dazu. Da ist mein Stern. Geh, gib mir, gib mir das. Gib mir das. Oh, das war so knapp, der Hammerbrudet hat mich fast erwischt. Okay, go, 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 go. Schön Zeit holen. Was macht er? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke nicht hin. Ich schaue lieber nicht hin. Ich spiele einfach, was ich mache. Zack. Okay, 3, 2. Da kann ich mich jetzt kaum dran erinnern. Auf jeden Fall kann ich mir den Weg einfach freischießen. Aber wenn ich den Weg mir freischieße, man sieht schon wieder hier, ich bin nicht schnell genug. So, ich verliere Zeit. Nur mit, oh nein. Nur mit rumschießen verliere ich leider Zeit. Da ist ein Stern. Yes. Ab dafür. Ab dafür, ab dafür, ab dafür, ab dafür. Vorsichtig. Okay, go. Go, go, go. Das ist eine komplett flache Stage. Was ist das für eine Stage? What the fuck? Ah. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wichtig. Okay. Blume, 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 Blume. Gleich Blume und Abflug. Einfach durch. Ich habe hier gleich wieder einen Stern. Der ist auch super wichtig. Nee. Dumm. Ich muss die Blume hier schnell holen. Das hilft nix. Ich muss mir hier die Blume holen. So viel Zeit muss sein, leider. Aber, oh Gott, wir schaffen es nicht. Wie viel Zeit hat denn der? What? Alter, wie viel Zeit hatte denn der Typ noch? Krass. Wir sind ja von fast bis ganz oben nach unten. Also da, da kommt es wirklich dann drauf an. Eieiei, da kommt es wirklich dann drauf an. Puh. Aber jetzt haben wir das auch wieder. Sehr schön. Okay. Puh. Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr könnt mir gerne weiter Tipps geben, wenn ich irgendwas ganz anders machen kann oder so. Na, dann go for it. Aber das waren jetzt tatsächlich, also zwei Runden, die, wo ich sagen muss, hatten von Anfang an eigentlich schon das, man hatte schon das Gefühl, es macht Spaß. Also es war jetzt nicht so, dass es lang gedauert hat, bis es wirklich Action geladen wurde. Ich hatte das Gefühl, ich habe die ganze Zeit was Wichtiges gemacht. Okay, danke fürs Zuschauen nochmal und tschüss.